dabei brauche ich es nämlich nicht vorm gehen Nö, Zink hat er Wassersphäre, Kalium Zink so, habe ich ein bisschen Zink ich werde jetzt als letztes gucken wie viel die fürs Schiff wollen aber das Schiff helfen die anderen ja auch schon gehabt Zink wie viel brauchte ich, keine Ahnung kauf ich alles Magmox Korvax-Gehäuse Tamium 9 hat er auch Nickel und Ratnox ach, egal so, Opa ich komme hier mit Zink angerannt ist ein bisschen groß der Vogel so ja komm mach ich ne äh, Zink der Krieger verflucht meinen Namen und jenen meine Vorfahren er heißt Verheirgort ja, ich dachte mir schon dass er das Teure zeigt will ja geil Wollte ich da noch was? Nö so, darüber Absprung Kapsel wäre vielleicht besser, wenn ich da erst hin gehe oder wie lang brauche ich das andere? brauche ich zu dem andere? keine Ahnung oder ich lande hier kurz nein, da war ich glaube schon 10 Minuten das könnte ich ja hier kurz noch so Talium irgendwas holen hoppala ok ne, das nicht irgendwie stapeln ups, das wollte ich nicht egal hab ich's halt kurz gerammt was soll's oh nein, nicht so steil Absprung Kapsel sollte ich vielleicht hier mal kurz runter gehen da gibt's so schön viel Wasser auf so einer kleinen Insel da vielleicht gibt's da irgendwas Besonderes im Wasser ich könnte auch mal kurz M drücken da war ich noch nie drin in der galaktischen Karte egal egal das Zeug hab ich schon ähm äh 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 Wie soll ich denn da runter kommen? Keine Ahnung. Ach scheiße. Ist auf jeden Fall tief da unten. So kann ich hier nirgends wo landen. Komm, geh runter. Schade. Da unten gibt's was. Unter mir. Komm, finde was. Vogel. Blöder. Gut. So. Da vorne. Hm? Was ist da? Was jetzt? Sputter ist verschwunden. Da ist was. Da. Da. Da wirklich was? Oder verarscht mich das jetzt nur? Nicht, dass ich da ja am Ende auch noch absauf. Das Wasser ist irgendwie komisch verbunden. Hm. Hm. Na ja. Gehen wir mal da rüber. Hm. Hm, 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 hm. Das dauert eine Weile da wieder zurückkommen. Da ist ja irgendwas. Ich glaub ja eigentlich nicht, dass da irgendwas besonders gibt. Ich glaub, das riskiere ich nicht. Und weiter geht's. Irgendwohin, wo es bisschen auf jeden Fall so Dings da, zeig ich's da gibt. Plutonium. Vielleicht hier. Schieht's schlechter aus. Oh, da gibt's so ein Dings da. Hab ich überhaupt genug Kohle? Oder? Eigentlich schon. Hm. Ach, nö, das ist was anderes, oder? Habe ich hier irgendwo was in der Nähe gesehen? Oder war das das? Keine Ahnung. Mal kurz gucken. Welche Richtung steht das? Das war dann schon das da. Oh, das ist schon was anderes, als ich gedacht hatte. Von dem Aluminium-Scheiß kriegt man nicht viel. Na, jetzt zu rechts ist es schlimmer. Naja. Ein paar Wörterchen lernen. Hochladen und runterladen und auch runterholen und hochholen oder was weiß ich. Schwerkraft. Betriebsbereit. Und was bekommen wir da? Eine aufs Maul. Ich lebe in einer neuen Realität. Ich befinde mich in einem riesigen Kolosseum unter einem blutroten Himmel. Es ist ohrenbetäubend laut. Krieger schreien und folgen dem Kampf, der vor ihnen stattfindet. Auf dem grellroten Sand stehen sich zwei Kontrahenten gegenüber. Einer hat sein Schwert verloren und versteckt sich hinter seinem Schild. Der andere schleicht auf ihn zu, den Speer in der Hand. Ich möchte mich dem Geheul der Meute anschließen. Dem Gladiator mit dem Speer unterstützen. Den gefährdeten Gladiator unterstützen. Bei dem Zeug da, da muss man immer diejenigen unterstützen, die... Naja, nicht immer. Ich muss ja auch schon ein Tier opfern. Den Gladiator mit den Speer unterstützen. Ich tue dann da den gefährdeten Gladiator unterstützen. Obwohl, den Gladiator mit dem Speer... Das könnte ja dann ein Opfer darstellen. Der Gladiator rammt seinen Rivalen den Speer direkt in den Kopf. Er verbeugt sich in meine Richtung. Als Danke erhalte ich etwas, mit dem ich meine Feinde vernichten kann. Gut so. Neues Multi-Werkzeug. Meins ist besser, aber... Ich weiß nicht, woher ich das überhaupt steppe. Nichts ist besser als das. Hat sich verbessert. Immerhin. Brauche ich jetzt aber erstmal hier so Plutonium-Scheiße. Das war auch am besten einiges. Das da ist kein Plutonium. Nö. Plutonium-9. Ist auch nicht schlecht. Das war es nicht. Ah, Mann. Kohlenstoff da unten. Das ist schon mal so eine scheiß rote Pflanze wieder. Das war nur Gold. Das wird auch Gold sein, oder? Ja. Da ist noch so ein Wissens-Kack-Ding. Nein, das sind meine Steine schon wieder. 30.000 U zurückgelegt. Na dann. Ich habe das Wort für Trennung gelernt. Oh. Sende-Turm. Nicht dieser Planet. Handelsbüsten. Aufsprung-Kapsel. Komme ich nicht von da her. Doch, da ist mein Flugzeug. Plutonium, Plutonium. Ich finde den Scheiß hier nicht. Zumindest nicht viel. Von dem Scheiß kriegt man auch nicht viel. Schreien wie Wale. Sind aber keine Wale. Da gibt es Plutonium ein bisschen wieder. Oh, da. Gold gibt es auch. Oh, nö. Komm, schieß doch. Ach, scheiße. Ich muss erst mal nachladen. Okay. So geht's auch. Schnellfeuertau, bereits bekannt, hast du. Naja, ist halt so. 30 Wächter zerstört. Abszellah. Hm, da gibt's auch noch was zu holen. Krieg ich da nix? Will nicht. Okay, da nicht. Ich muss noch kurz in die andere Richtung gehen. Strahlungsschutz stabilisiert sich. Lebenserhaltungssystem Energie niedrig. Hm, scheiß Sackgasse. Ach, scheiße. Waffenladung aufgebraucht. Hm, 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 hm. Technologie aufgeladen. So. Dann kann's ja weitergehen. Wohin? Wohin? Und los poschen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017